Warum will Netanyahu nun offenbar neu wahlen? Er ist gezwungen zu neu wahlen, weil er in seiner Regierung mit seinen Koalitionspartnern keine Mehrheit mehr hat für den Haushalt des kommenden Jahres, für den Haushalt 2013. Denn dieser Haushalt wird nur möglich sein, jedenfalls nach dem Willen von Netanyahu, mit starken Einschnitten in allen Bereichen. Die israelische Konjunktur hat sich in diesem Jahr auch abgeschwächt und er braucht einfach diese Sparmaßnahmen. Und das ist natürlich unpopulär und da ist es natürlich taktisch schlauer, jetzt lieber erst wählen zu lassen und dann den Sparhaushalt zu verabschieden. Warum haben seine Koalitionspartner keine Einsicht in die Notwendigkeit notwendiger Sparmaßnahmen? Ja, die kleineren Parteien, zum Beispiel die religiöse Schasspartei, die profiliert sich natürlich gern als eine Partei des Volkes, eine Partei der Mittelschicht oder der Ärmeren. Gerade die religiösen haben ja viele Kinder und da profiliert man sich gerne als eine Partei, die Sozialleistungen an die Menschen vergibt. Und da ist es natürlich unpopulär, Sparmaßnahmen nach außen hin zu vertreten. Aber auch andere kleinere Parteien, die wollen einfach diese Einschnitte auch in den jeweiligen Ressorts, für die sie als Minister zuständig sind, nicht mitmachen. Sind denn die Schwierigkeiten rund um den Haushalt der einzige Grund für wahrscheinliche neue Wahlen sehr bald? Denn in Zeitungen in Israel heißt es auch, Netanyahu fühle sich von seinem Verteidigungsminister Barak hintergangen. Ja, aber das scheint doch in erster Linie auch schon ein Hinweis auf den Wahlkampf zu sein. Tatsächlich ist es diese innenpolitische Uneinigkeit, die zu diesen Neuwahlen jetzt führt. Es hat allerdings auch eine Kehrtwende von Verteidigungsminister Barak in der Iran-Politik gegeben. Lange stand er ja Seite an Seite mit Netanyahu und hat gesagt, wir brauchen jetzt schnell den Militärschlag gegen die Atomanlagen des Iran. Plötzlich aber im vergangenen Monat hat Barak dann gesagt, er sei jetzt gegen einen solchen Angriff auf die Atomanlagen Teherans und er wolle die guten Beziehungen zum verbündeten USA jetzt nicht aufs Spiel setzen. Und hinzu kommt noch, dass Barak bei seinem letzten Besuch in den Vereinigten Staaten den Bürgermeister von Chicago getroffen hat, Rahm Emanuel, der ein früherer Berater von Präsident Barack Obama ist und damit natürlich indirekt ein Feind von Ministerpräsidenten Netanyahu. Die Chemie zwischen den beiden stimmt ja überhaupt nicht. Und Barack Obama trifft nun ausgerechnet diesen Intimus von Obama. Und hinzu kommt noch, oder Ehud Barak, der Verteidigungsminister, trifft den Intimus von Barack Obama. Und hinzu kommt noch, dass Ehud Barak sich getroffen hat mit der Oppositionspolitikerin Zippy Livny. Und von all diesen Treffen des Verteidigungsministers in den USA erfuhr der Ministerpräsident dann erst später. Und er soll sogar aus Rache gegen Barack erwogen haben, den Verteidigungsminister zu entlassen. So stand es gestern in Yediot-Ahronot. Er hat das aber am Ende nicht getan. Dieses Agieren Baraks, ist das ein Ausdruck dafür, dass Netanyahu für seinen harten Kurs gegenüber dem Iran, Er hat ja mit der Möglichkeit eines israelischen Militärschlags auf den Iran gespielt. Sind diese Zerwürfnisse auch ein Ausdruck dafür, dass ihm die Mehrheit im Kabinett für einen solchen Militärschlag immer mehr abhanden kommt? Nein, das ist nicht der Grund. Dieser Militärschlag ist zumindest nicht der Hauptgrund. Es ist ein innenpolitisches Zerwürfnis und es ist eine Vorbereitung auf den Wahlkampf. Für Barack geht es um die politische Existenz. Er ist ja vor drei Jahren ausgestiegen aus der Sozialdemokratischen Partei, aus der Arbeitspartei, hat eine eigene Partei gegründet, mit der er dann in der Regierung blieb. Und diese Partei hat keine Aussichten, die Zwei-Prozent-Hürde zu überspringen. Er kriegt null Prozent in den Umfragen. Er selbst ist momentan nicht sehr populär. Das heißt, er muss sich ein neues Bündnis suchen mit anderen Politikern der Mitte. Eventuell ein Bündnis mit einem Teil der Kadima-Partei, die sich wahrscheinlich aufteilen wird. Die Kadima ist ja diese Oppositionspartei der Mitte. Vielleicht wird Barack wirklich eine neue Partei gründen. Eventuell mit Sipi Livni oder mit Yair Lapid, diesem neuen Mitte-Politiker. Die Iran-Debatte ist, denke ich, da wirklich zweitrangig. Barack hat sich natürlich jetzt profiliert als ein Politiker, ein gemäßigter Politiker, der den Vereinigten Staaten auf dem außenpolitischen Parkett entgegenkommt. Insofern hat ein wenig vielleicht auch die Iran-Debatte in dieses Zerwürfnis der beiden hineingespielt. Würde Benjamin Netanyahu als Favorit in die Neuwahlen gehen? Auf jeden Fall. Er ist absolut unumstritten. Die Israelis wollen ihn als Ministerpräsidenten, als den starken Mann. Andere haben keine Chance, Ministerpräsident zu werden. Der Likud wird sehr wahrscheinlich die stärkste Fraktion auch künftig in der Knesset stellen. Momentan ist noch die Kadima die stärkste Fraktion, aber das ist absolut unwahrscheinlich. Netanyahu wird sich wahrscheinlich seine Partner aussuchen können. Sebastian Engelbrecht, live aus Täti. Das ist auch die Kadima die äußerstörung. Vielen Dank.